Geht doch mal her, hier sind wir! Operation Pazifik. Mal sehen, ob das deinem dicken, fetten Allerwert ist und kombiniert. Alarm, Alarm! Dennis E.A., Larry Heckman, Jack Nicholson und Walter Matthau. Wer schießt denn da? Vermutlich Dr. Heidt. Er töte Frankenstein. Die werden dich anspucken. Sind die so wütend auf mich? Nein, die sind seekrank. Sie gehören zur schrägsten Schiffsbesatzung im ganzen Pazifik. Wir sind tot! Ich bin Tartan und sie ist Jay. Und ich cheater.